Musik Herzlich Willkommen in der Ölmühle Seiler. Heute zeigen wir euch, wie wir unsere kalkgepressten Öle produzieren. In ihrer Ölmühle bietet die Familie Seiler neben täglich frisch gepressten Ölen auch köstliche Muße, Mehle, Samen, Nüsse und Geschenkideen an. Die biozertifizierten und schonend getrockneten Rohstoffe werden im optimal klimatisierten Lagerraum aufbewahrt. Mit einer wassergekühlten Edelstahlpresse werden alle Öle unter 37 Grad Celsius gepresst. Sie haben daher Rohkostqualität. Alle gesunden Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe und so weiter bleiben so erhalten. Hier wird gerade Leinöl mit einer Auslauftemperatur von 27 Grad Celsius gepresst. Die Schwebstoffe, die sich nach der Pressung im Öl befinden, werden zu delikaten Musen. So werden alle kostbaren Rohstoffe verarbeitet. Alle Produkte, die in der Ölmühle Seiler hergestellt werden, sind frei von Konservierungsstoffen und sollten daher rasch konsumiert werden. Die unveränderte Natürlichkeit der Produkte beschert nicht nur ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, sondern auch Farbe, Geruch und gesunde Inhaltsstoffe sind in vollem, arteigenem Ausmaß enthalten. Die Presslinge werden zu leckeren Mehlen weiterverarbeitet oder von heimischen Bauern als Kraftfutter verwendet. Hier kann nach Herzenslust probiert, kombiniert und eingekauft werden. Wir freuen uns auf euch!